Hallo HeyTube und hier ist wieder euer Sanna und willkommen zurück zu Anno 1602 und ja hier sind wir wieder und beim letzten mal ist uns hier eine kleine Dürre sag ich mal vorbeigekommen und das ist nicht sehr schön weil uns gerade generell Nahrung fehlt und die hier alle gerade am verhungern sind und der hat nichts zu tun. Warum hast du nichts zu tun? Es fehlt am Tabakwaren. Ja ihr hört schon was gerade abgeht obwohl das mit dem Tabakwaren nicht das Problem ist weil ich die hier in baue aber solche Sachen wie zum Beispiel oh ist die Dürre vorüber? Den geht es wieder gut. Ah nice okay. Gut dann hätte sich das nämlich schon mal geklärt weil bis eben war hier noch eine Dürre. Okay und heute würde ich mal sagen gehe ich diesen komischen ah okay das ist schon mal so sehr gut dass die das sagen. Diesen komischen was weiß ich auf den Grund hier dass die anscheinend zu wenig Nahrung haben oder so. Die Räten haben das Feuer eröffnet. Ähm. Meistens ist mir egal. Ich bin weg. So ähm ja das kleine Nahrungsproblem hier. Der hat Werkzeug. Es fehlt an allem merke ich gerade. Aber am meisten fehlt es an Nahrung. Ah ich habe ihm gerade schon Leertaste gedauert. Ich habe so viele FTL gespielt in der letzten Zeit. Ähm. Da brauche ich nämlich noch mal ein paar Fischerhütten. Einfach mit mir aus der Leertaste um das Spiel zu pausieren. Das geht hier leider nicht. Äh Fischerhütte habe ich gesagt. Ah Fischerhütte. Ich habe so etwas in die Kapelle genommen. Ähm. Ja. Da mache ich auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Nahrung. Was ist das für eine Musik? Tabakwaren gehen zur Neige. Okay. Diese Musik war echt creepy gerade. Pfff. Ja wie macht man das mit der Nahrung? Ich muss irgendwie gucken dass ich viel mehr Nahrung produziere. Es sind echt. Ich habe ein paar Molle zu stopfen hier. Wie mache ich das? Ich wünsche die Hättchen auch noch. Ich habe hier ein bisschen wild. Hier hinten ist noch ein bisschen wild. Aber sonst. Ah das reicht nicht. Jetzt würde ich sagen nehme ich mir einen Jäger. Aber das ist wie gesagt. Geht nicht. Ja ich arbeite dran. Ich belege nur gerade was ich am besten mache. Ich könnte hier natürlich. Das habe ich hier hinten schon welche hingebaut. Ja die haben Fleischer. Okay. Ähm. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung. Hinten ist ja noch ein bisschen Platz. Dass man hier irgendwie was hinzimmert. Hinten war mal was. Sonst habe ich abgerissen. Ah. Nicht doof. Hier passt natürlich noch locker eins hin. Irgendwie. Aber nur eins bringt mir nichts. Hier passen auch noch. Euer Volk wünscht eine Hochschule. Es fehlt an Tabakwaren. Ihr wünscht so viel. Ähm. Geht es euch jetzt wieder gut? Nein. Es fehlt an Nahrung. Nein. Es fehlt nicht an Nahrung. Wenn ich sage es fehlt nicht an Nahrung. Ah guck mal. Jetzt kann ich hier den ganzen Kram bauen. Warte mal. Ist das ein neuer Kontor gewesen? Ja. Ein neuer Kontor. Das heißt bis eben muss es dir nur noch gut gegangen sein. Kaufleuten geht es auch nicht gerade geil. Ähm. Ja. Sorry Leute. Es fehlt an Tabakwaren. Was tun? Tabakwaren. Ja. Kann ich euch auch nicht gerade helfen. Ich mache erstmal nur mal eine Fleischreihe irgendwo hin. Damit ich wenigstens ein bisschen... Euer Volk wünscht ein Theater. Ein Theater. What the fuck? Ah. Ne. Okay. Ich würde gerade sagen. Dann gibt es ein Theater. Das gibt es anscheinend. So. Eure Nachwuchsvorräte gehen zur Neige. Ist mir egal. Ich gebe jetzt nur ein Kontor. Es fehlt am Tabakwaren. Es fehlt gerade an allem. Yay. Den geht es wieder gut. Und die wollen Schmuck. Okay. Ihr kriegt keinen Schmuck. Aber na egal. Ich könnte ihnen ja Schmuck geben. Wenn dieses kleine, vermalteite Arschloch hier hinten nicht mehr meine erkämpfte Insel abgenommen hätte. Die einzige, wo ich vielleicht noch hätte Gold herkriegen können. Aber nein. Hätte ich auch noch richtig Zaster machen können. Weil wenn du hier Gold abbaust, dann kannst du Zaster mit dem Goldabbau machen. Und auch noch den Einwohnern hier Schmuck geben. Es fehlt an allem. Tabak. Tabak, Tabak. Holst du keinen Tabak? Der holt Tabak. Aber nicht genug Tabak. Ah, fuck. Nicht genug Tabak. Nicht genug Tabak ist nicht gut. Nicht gut. Kann ich Tabak einkaufen? Es fehlt an Nahrung. Kann ich Nahrung einkaufen? Nahrung tue ich schon einkaufen. Ich brauche Nahrung zum nicht trinken. Gewürze kaufe ich auch schon an. Tabak ein bisschen Tabak. Weiß ich nicht, wie es geht. Nicht viel. Es fehlt an Tabakwaren. Verkauft mir das für 10 Tonnen oder so. 10. 10. 10. Ah, verkauft mir was. Den hier geht es noch einigermaßen gut. Achso, den verkaufe ich auch gerade. Für wie viel? Für nichts. Jetzt ist es mal gemacht, man irgendwann war es weg. Also irgendwas wird da schon passieren. Den geht es noch einigermaßen gut. Einigermaßen. Jetzt geht es mir wieder gut. Hey. Mal gucken. Tabakwaren gehen zur Neige. Ah. Raucht nicht so viel. Alles diese Leute hier. Guck mal, die rauchen zu viel. Und. 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 Am liebsten würde ich jetzt noch anfangen mit Alkohol. Aber das lasse ich mal lieber. Könnte ich natürlich hier hinten machen. Machen die ja auch. Hinten habe ich ja schon mal versucht anzubauen. Aber. Das reicht hier ja nicht hoch. Oh, hallo. Die bauen gerade mehr Alkohol an. Okay. Macht was ihr wollt. Macht was ihr wollt. Ähm. Hier hinten kann ich Kakao. Habe ich hier Kakao? Ja, ne? Kakao habe ich hier. Ja, Kakao. Und euch fehlt es auch irgendwie nicht an Kakao oder so. Es fehlt am Tabakwaren. Ne, Kakao habe ich sogar sehr viel. Und es fehlt an Takao. Oh, Junge, Alter. Die haben mal meinen Scheiß verbaut hier. 450. Kaufleute. Wünscht mein Volk, da was denn an? Goldschmiede. Ah. Goldschmiede. Goldschmiede, dumm ich auch. Ich würde mal ein bisschen fertig machen, den Typen dafür, dass er das getan hat. Könnte ich einfach mal meinen Scheiß hier nehmen. Er hat doch noch den Marktplatz so doof gebaut, dass der da auch so, ne? Ah, ne, du brauchst Holz. Du brauchst, weißt du? Das ist was der Doofen baut, das Gold nicht ab hier. Das ist so doof. Den Typen, den könnte ich nicht mal da rüberschicken, weil hier, der ist, der ist hier gestrandet. Ich kann ja noch umkommadieren. Ey, bau mal ein bisschen Gold für mich ab. Ach ja. Hm. Oh, ich hab hier auch einen freien Händler. Cool. Kann ich den irgendwie zurückrufen? Nee, ne? Nee, den alterieren kann ich nicht zurückrufen. Schade. Ähm. Ja. Ich überlege gerade so. Das hier sieht sehr doof aus. Was kann ich denn da bauen? Ein Zierbaum. Oh, 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 große Werft, große Werft. Ja, große Werft. Ich brauche mal ein bisschen mehr Werkzeug. Du hast Werkzeug, du, du, du hast Werkzeug. Und mit Werkzeug und mal Werkzeug. Werkzeug, Werkzeug kann ich hier haben. Auf jeden Fall ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Wo sind sie? Hier, eine tiefe Erzmina. Reicht das? Oh, es fehlt Stein. Hat hier irgendwer genug? Ja, die haben ziemlich viel Rohstoffe. Dann gönne ich mir mal meinen Typen her. Aber meinen Typen fahre ich hier hin. Tabakwaren gehen zur Neige. Kann man dazu vielleicht Tabak auch anbauen? Nein, schade. Okay, wo ist mein Typ? Der Typ, der fährt gerade hier hoch. Äh. Okay. Nee, Werkzeug brauche ich erstmal nicht. Ich brauche nur ein bisschen Stein. Ja, das dürfte reichen. So, und du fährst hier oben hoch. Ich hoffe, Holz und so passt. Holz, ich gucke ein bisschen danach. Nein. Fuck. Ähm. Tiefe Erzmina braucht wie viel... Oh. Holz. Nein. Du fährst zurück. Hier hin. Ich brauche mehr Holz. Okay. Okay. Kann ich das Werkzeug eigentlich gleich auch mal drüber schaffen? So, 20 Holz dürften reichen. Ja, 20 Holz reicht. 20 Holz reicht. Wenn nicht, fahre ich nochmal. So, dann warte ich nochmal auf den. Ja, guck mal, dann können wir uns sowas bauen hier. Die sind geil. Die sind einfach nur episch. Und ich habe keine genug... Nicht genug Kanonen dafür. Es fehlt an Gewürzen. Es fehlt an Gewürzen. Oh, Alter. Euch fehlt es auch wirklich an allem, ne? Oh, dann geht es auch gut. Dann geht es auch richtig gut. Guck mal. Jetzt haben sie keinen Körpergewangel mehr. Nur noch Gewürze. Und warum geht es denen jetzt schon wieder schlecht? Das verstehe ich mir nicht. Jetzt geht es denen schon wieder schlecht. Aus irgendwelchen Gründen. Guck mal. Bedarfsgüter werden erfüllt. Und Nahrung auch. Und jetzt geht es denen wieder gut. Okay. Verstehe ich nicht. Naja. Guck mal, die haben nicht so viele Einwohner wie ich. Aber die haben auch nicht so einen riesen Wohnblock. Der sieht doch wirklich ein bisschen komisch aus, oder? Ein kleiner Altair steht da mittendrin. Könnte Holz nehmen. Aber das tut er nicht. Ah, der Typ ist da. Der Typ ist da. Dann packst du mal ein bisschen Holz. Äh, Stein rüber. Und Holz auch. Wo wir gerade dabei sind. Warum ist schon wieder die Kampfmusik da? Gewürze sind mangelbar. Okay, du baust das ab. Aua. Und dann baue ich erstmal die Bäume hier ab. So. Und dann baue ich... Drehe ich erstmal die Kamera. Gucke ich mal, wie sich... Außerweiter machen. Ähm. Oh, Junge. Oh, Junge. Ja, ich will auch. Aber bloß nur die Piraten angreifen. Yay. Okay. So. Jetzt wollte ich gucken, wegen der Schmiede, ne? Genau, der Schmiede. Er hat Schmel... Tabakwaren gehen zur Neige. Ah, dafür brauche ich ja auch Holz, ne? Ah, dann brauche ich ja noch irgendeinen Förster. Ähm. Die kommt mal hier hin. Warum? Wenn man Leertaste drückt, kommt man anscheinend zum Main-Contour zurück. Ich drücke immer Leertaste. Die ganze Zeit. Das regt mich leicht auf. Jetzt brauchen wir ein bisschen Dingens. Brauche ich hier eine kleine Brücke. Und einen kleinen Weg. So. Und dann pflanze ich mal ein bisschen Holz hier drum rum. Ich pflanze Wald, nicht Holz. Holz lässt sich schlecht pflanzen. So. Das wächst schon. Weil der braucht noch Holz. Aber von denen hier bitte nicht abholen, würde ich mal sagen. Oder machen die das? Ne, ne? Die dürfen abgeholt? Nein. So, und dann vielleicht kann ich auch gleich noch eine Werkzeugschmiede da hinbauen. Oh, das passt perfekt. Okay. Perfekt. Ja, von denen bitte auch nicht abholen, wenn es geht. Nur für eine Werkzeugschmiede. Oh, guck mal, wie viele Händler hier sind, ey. Das sind richtig viele Händler. Okay. Hochbauen. Ach, naja. Ich wollte gerade sagen, warum qualmt der? Den geht es schon wieder perfekt. Dann müsste ich nur gucken, dass ich mal irgendwie dann das Werkzeug von da rüber schaffe. Die brauchen wir eigentlich auch gar kein Werkzeug mehr. Ich sage einfach mal, ich mache eine automatische Handelsroute. Von hier, wo alles Werkzeug rüber geladen wird, nach hier. Nach Prag. Und da lade ich das ganze Werkzeug ab. Und los. Okay. Ah, fuck. Ne, du machst dann mal weiter so. Ah ja, jetzt muss ich nur noch warten. Und ja, das mit der Werft, wohin ich die immer baue, ist mal so ein Problem. Weil die großen Werften sind um einiges größer. Ich glaube, letztes Mal hatte ich die hier irgendwo wieder reingequetscht. Zwischen die Baumwollfelder, als ich da... Ich habe ja schon mal ein bisschen weiter gespielt und da bin ich so weit gekommen. Es fehlt an Gewürzen. Es fehlt an Gewürzen. Okay. Ich baue eine große Werft. Ja, guck mal, die sind ziemlich riesig. Ähm. Sehr riesig. Ich könnte die irgendwie hier mit reinpacken. Es fängt am Tabak warm. So, hier mit hin, ne? Und die sind hier in Reichweite von Marktplatz, ja. Dass ich die irgendwie hier hinbaue und dann die alte Werft abreiße. Da kann dann noch irgendwas hin. Was kann denn da mal hin? Habt ihr noch Nahrung? Ja, Nahrung. Nahrung steht gut. So, dann baue ich mal einen kleinen Weg dahin. Baue ich mal was, was weiß ich. Hier, einen kleinen Weg zu dem Marktplatz. Und der baut mir jetzt mal. Dann baue ich Holz und Stoffe. Wie steht es um Stoffe? Das ist ja auch immer so ein Problemchen. Ah. Hätte ich mir denken können. Braucht nicht so viele Stoffe. Ich hab schon hier meinen Stoff-Express, ne? Die, die, die pumpen ja hier meine ganzen Stoffe raus. Du machst Stoffe, ne? Es fehlt am Tabak warm. Boah, Junge, Alter. Guck mal, ich hab das hier alles, ne? Mit zwei Webstuben und dem ganzen Scheiß. Und hier auch nochmal irgendwie. Hier hab ich eine. Hier hab ich meine ganze Baumwollproduktion. Und die schreddern das trotzdem. Kann ich hier eigentlich Baumwolle anbauen? Ne. Ähm, Baumwolle ist ja auch schlecht. Hier ist Baumwolle schlecht wegen Platz. Das ist ein bisschen schlecht. Tabakwaren gehen zur Neige. Tabakwaren, ja. Tabakwaren. Ähm, dann brauche ich hier glaube ich noch mal ein bisschen mehr Schaffärmchen hin. Oder? Joa. Würde ich mal so sagen. Brauche ich hier aber irgendwann noch einen Marktplatz. Der kommt dann hier hin oder so. Oder brauche ich überhaupt einen? Ne, ich brauche keinen. Ich baue einfach nur mal ein paar Schaffärmchen hin. Das passt aber auch nicht ganz perfekt, ne? Ich bin da ja so ein Perfektionist bei sowas. Das ist schon wieder der Berg im Weg, nämlich. Na gut. Baue ich das so und holz drumrum ein bisschen ab. Da kommt hier noch eine Webstube hin. Dann hoffe ich mal, dass die jetzt nicht so mit den Stoffen so rumspielen die ganze Zeit, dass da immer leer ist, ne? Oh, denen hier geht's nicht gut. Die haben nicht gute Produktionen. Wie viel Stoffe habe ich? 17. Das bleibt konstant bei 17. Gewürze sind Mangelware. Das ist schlecht. Ich will schon ganz gerne so ein Schlachtschiff haben. Wie viel brauche ich für so eins? Oh, ich brauche nur sieben Stoffe für die. Na, dann mache ich das mal. Ich wusste, dass man nur Holz dafür braucht, fast. Das zieht jetzt allerdings meine Bilanz ein bisschen runter. Die bauen so schnell. So, und dann bräuchte ich mein kleines Schlachtschiff. Schlachtschiff? Kriegsschiff, genau. Kriegsschiff. Und ich würde aber sagen, dass wir das in der nächsten Folge machen. Beziehungsweise, dass ihr das in der nächsten Folge seht, weil ich fies bin. Moahaha. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Und falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch vielleicht meinen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Sana. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.